Ich liebe Kopfarbeit. Ich finde es total spannend, die Welt zu verstehen. Ich finde es total spannend, als Journalistin zum Beispiel Industrie 4.0, also die neue Generation digitalisierter Produktion, zu verstehen und das auch politisch zu werten, auch unsere Zukunftschancen zu begreifen. Die Zukunft des Euro, viele andere Themen, finde ich wahnsinnig spannend, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, erfüllt zu leben. Und ich kann von meiner Haltung her, der Dankbarkeit, auch diesen Job machen zu dürfen, diese spannenden Aufgaben leisten zu dürfen, die fließt ganz unterschwellig auch in meine Arbeit ein. Auch in meine Interviews, auch in die Podiumsdiskussionen, die ich mache oder auch in die Moderationen. Weil für mich Wertschätzung, Respekt, nüchterne und sachliche Auseinandersetzung ohne Häme, all diese Werte, die ich für außerordentlich wichtig finde, auch gerade im Journalismus, weil ich die vom Herzen her liebe. Und das spüren auch viele.